auf der autobahn wird es nichts interessantes geben wir können mit dem anderen auto fahren rastplatz sauber halten nein das wichtige schild geschnallt fangen wir hier komplett außen lang mal gucken komme ich auch hier hoch ja wenn ich mich richtig anstellen runter mit der maus ist echt schlimm die haben das ich merke schon warum die das nicht freigegeben haben für jeden auto normaler wie mich jetzt ist aber kriminell hier mit beiden loll olpe wir fahren erstmal hier so das ist aber ein ausblick du sagst du dich runter ist so drunter geknallt oder hier so hier das sieht doch stylisch aus wenn man so langsam an der dingens vorbeifährt hier auf stand streifen das nächste bild mache ich mit der rennpappe obwohl es ja gar nicht so viel pappe ist an dem auto die kamera weiß nicht was sie machen soll deswegen ist sie jetzt verglitscht oben die brücken sind nicht texturiert das ist schon cool wenn man damit rumspielen kann ey so was war denn das für was ist denn das für ein laden hier wie sie sich die mühe gemacht haben hier gegen verkehr was besonderes was mich schon immer gewundert hat also ich drehe jetzt um war was auf der anderen seite steht frankfurt frankfurt am main siegen ok doch nichts besonderes ja blitzt mich einfach zwei ist ok jetzt bestärken wir die berge wir können mal gucken was nach der baustelle kommt hier da wird nichts kommen was stellt ihr euch denn vor hier zufrieden nichts die fahren hier einfach hier lang und die spawnen hier ne die spawnen hier nicht what the fuck ich dachte die spawnen hier hier spawnen hier oder was ne lol das hier mal interessant hier das kleine stück haben sie nicht gemacht und dann fahren sie hier lol fuck ich dachte ich kann das ziel austricksen ey so fahren wir mal mit dem scheiß bin ich mir lange nicht mehr gefahren geht jetzt nicht darum wer am schnellsten bade 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 hier irgendwas interessantes aber da kann man übelst geile bilder mit machen ich überlege mir gerade ob ich hier alle autobahn raser parts mit geilen freshen bildern versehe ich glaube das mache ich werde systematisch durchgucken mit welchen auto ich wohl gefahren und dann mache ich davon jeweils ein bild also okay ist komplett texturiert wird denn was ich dann noch machen werde ich will mal gucken ob ich wirklich drei polizisten verfolgen die schönen wohnungen ja wenn ihr irgendwas näher im detail sehen wollt dann schreibt es in die comments ich habe jetzt der power dazu und ihr eigentlich auch wenn ihr das spiel habt warte mal was waren das für eine bank das haben sie doch bestimmt auch irgendwie mit copyright versehen oder sparbank die gute sparbank aber ich habe so geil so viele möglichkeiten in geiles hand nehmen will zu machen jetzt wenn doch nur jedes spiel das hätte was noch noch schatz noch schatz bank wie kommerz bei mir draus sicher witzig drauf was haben wir hier also außer dass hier protikal sagt mir nichts wieso nicht wenn sie damit verarschen wollen nur scheuß auf die bursche boi ich fahre durch eben mit der maus das sieht leichter aus als es ist ne wie gesagt links ist rechts und rechts links irgendwie haben sie da alles und auch so ein haus hier ins nichts so was das für eine statue hier das augustus der starke nein schatz der ist auch nicht augustus das ist irgendeine statue die man nicht erkennen soll ok und ich düse düse was ist hier links links ist wie eine kleine straße die anderen sind schon längst im ziel alter ich lasse mir aber auch zeit ich will alles erkunden da habe ich mir schon mal die zeit genommen meinen rechner wieder raus zu packen da muss ich das auch lohnen so die zwei dinger die stehen ach so ich hätte gedacht die stehen in der luft man kann einfach nicht so nach links und rechts gucken irgendwie geht das dann automatisch mit nach hoch und runter ok lol das heißt wenn man jetzt hier lang fährt könnte es sein dass man hier rauskommt oder was ja ich würde es nie rausfinden weil ich jetzt kollision aus habe das gleiche kann ich eigentlich auch mit autobahn raser 1 machen das habe ich emuliert ist scheißegal da packe ich jetzt nicht noch mal meine ganze ist ja nicht auf dem rechner gespielt worden sondern halt auf einer vm was irgendwie nicht lief bei mir auf dem 98er rechner hier wir haben sie nichts gemacht ja ist ja gut ich war wieder hier rein habe ich alles ausgemacht wie verkehr und so ein scheiß ist noch alles an spaß bank sporkasse wie es so was haben wir da oben düster ich glaube auch gleich dass das düster wird hier düster und hier noch mal die sparbank dort noch mal pro kartal und hier dieser komische turm mit dem ich nichts anfangen kann oh was ist das denn hier detektei hut ab willst du mich rollen detektei hut ab ja hut ab für eure meisterleistung ihr entwickler was haben wir nach der wursche kenne ich nicht hotel ok das ist ziemlich erleuchtend was war das tv fritz warum machen diese frizzi wieso machen sie sich die mühe und schreiben so ein scheiß hirn ja hier ist nichts war ja klar ja waldi ich gebe euch auch gleich mal ein aldi waldi alter walter ok die zeit muss sein wir nehmen uns hier was 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 puttreißer was puttreißer ok fackt euch sieht sie das haben sie noch hingekriegt ne puttreißer eh budweiser bier pommesbude ganz schön große pommesbude hier die wilde sau klingt legitim so hier ist glaube ich auch mal eine bar bei uns hier copyright dritten fritze jetzt kommen wir alter das gebäude hat ja übelst eine textur da oben noch nie gemerkt ist das ein flugzeug also hier fliegt zwar ein flugzeug aber ich sehe es halt nicht so da haben wir noch im waldi was war das ist das grüne habe ich übersehen ingrid snee stübe stüble ich verstehe es nicht kasinos alle kasinos gibt es hier sieht sie noch mal roti karl wird nicht besser du gehst bestimmt hier rein was das was wenn ich sie so noch falsch die historie oder was ne zucker egal ihr falls euch gewundert was hier in seinem ihr krieg service liegt hier ein bisschen werkzeug was platt gedrückt ist ein quick service auto ja das war's die welt rund vielleicht sagten dass er irgendjemand was hier also nicht also ich bin das ist ja alles e brems spuren 99 was das haus hier übrigens das links neben mir das war in meinem original lp war das verpackt man kann durch gucken man hat genau das gesehen und genau das hat man gesehen und ich habe es damals auf meine idee geschoben aber bis jetzt könnte ich auch noch kein geheimgang oder so finden jetzt werde ich auch mit diesen dingern hier in dieser kamera haben sie auch bestimmt ihre ganzen bilder gemacht wird das spiel aber ich weiß nicht wie ich das machen soll hier ich werde wahrscheinlich alles zusammen schneiden so weil hier gibt es ja ja was soll es denn hier interessantes geben denkt ihr euch die haben hier irgendwo ein secret reingeknallt wäre geil wenn ja ich glaube es eher nicht aber wenn der scheiß boden noch texturiert wäre dann könnte man auch ordentlich nach oben gucken ich höre hier überall helikopter geräusche aber nie ist ein helikopter da diese versuchen mich nicht zu treffen die autos bevor ich keine kollision habe gibt es nichts interessantes also wir haben eigentlich schon ein bisschen was entdeckt hier weil die und sparkasse die sparbank ein bisschen was ist nicht und das ist nicht immer wieder ein bisschen was es war